Hey Leute und willkommen zurück zu Pokémon Wild. So, wir sind auf der Suche nach dieser Höhle. Höhle der Schulung oder so. Muss ich mir das mal kurz auf der Karte gucken. Falsch. Ähm, nochmal Menü und Beutel. So, wir sind auf Route 9 und wir müssen zur Höhle der Schulung. Und dann, würde ich sagen, gehen wir rein. Dafür brauchen wir Blitz. Habe ich so gelesen, dass man Blitz braucht. Und der Schneider, glaube ich, vielleicht. Das weiß ich aber nicht so genau. Soll hier unten irgendwo eine Höhle sein? Zylinderbrücke. Momentum, Moment. Falsch. Ich weiß gar nicht, wohin ich genau muss. Gehe ich überhaupt richtigen Weg? Wie komme ich da hin? Müssen wir mal genau gucken. Hm. Route 9. Ist hier vielleicht was? Ach, hier unten, glaube ich, ne? Uh, ich gehe. Hopp. Sei gut. Los geht's Setzen wir mal Blitz ein Und das schwächste Puck Hier sind wir auf 60, also was lass ich in vorne? Packen wir mal Skelebra nach vorne Da es kurz davor ist ein Level abzumachen Beutel, oder lassen wir erstmal nicht Ich wollte erstmal Schutz einsetzen, aber mal gucken was hier so gibt Und Hi Ein Golba, damit habe ich jetzt nicht gerechnet Hier 65 Sehen wir schon Puh Hier müsste ich aufpassen, was ich einsetze Aber mit dem Jux Einfach rauf gehen Oh, Fußball fängt bald an Heute spielt ja England gegen Moment, Italien Und der Gewinner wird gegen Deutschland spielen Und das würde ich nicht verpassen Weil mich interessiert wer gewinnt Weil mich interessiert wer gewinnt Erna Oh Ja Deinen Tanz mit den Drachen nützt dir jetzt auch nix mehr Mugelbaum Mugelbaum Och, jetzt habe ich mal meinen Pranabatz nicht dabei, wie toll Mugelbaum Stein Seri Royale Seri Royale Sichler Sichler, wie cool Ach, Sichler ist ja Dings Kiefer und nicht Pflanze Wie komme ich jetzt auf Pflanze Eyyy Aber zu Tops sind viel Hehehe Hehehe So So Votenzo Elektro Lass euch meinen Geist Pokémon einfach darin Ach, an dich kann ich mich auch noch erinnern Deine Vorentwicklung, diese Fritzeblitz war soo schwer zu trainieren Am Anfang So So Hier meine Aufstellung mal ändern Besschen nicht auf 60 Tito Mega ist nicht auf 60 Und hier können wir mal sehen, was für Pokémon auftauchen Hm Hm, okay Ein Schlorp, cool Ein Geonrohr, cool Ein Geonrohr, cool Ein Geonrohr Seh ich wie ein Pokémon aus, also ehrlich, oh Gott Ein Geonrohr Ähm, wie sind ja Oh, süß Amnesie, was macht die Attacke nochmal? Oh Ego trampft Ach, der hat mir mal eine Attacke weggenommen Wie nett So Cool, 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 cool Nein! Das wollte ich nicht einsetzen. Gegenstoß, toll. Egal. Och ne, auf Knackselle habe ich echt keinen Bock. Und ich habe keinen Eis-Pokémon dabei. Hm, toll. Überlegen, überlegen. Knackse, Drachenboden. Ich lasse sehr viel drin. Gigasau Gas mal. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Und daneben auch noch, auch Knackselle. So, ich will erstmal hier reingehen. Oh shit. Ein, ein, ein. Subiris. Das ist ein Geist-Pokémon. Cool. Hier gehe ich zum Untergeschoss. Was ist das? Das weiß ich. Da möchte ich aber erstmal gucken, was oben ist. So, jetzt können wir mal Shots einsetzen. Welches finde. Hier sind nur Tränke. Hier sind Atems. Das müsste hier irgendwo sein. Was gibt es hier? Ein Pokéball. A plus. Und Nugget. Okay. Ist er eigentlich? Ich brauche einen Surfer. Echt? Auf sowas habe ich keinen Bock, Leute. Ausrasten. Ich werde sogar bereit, einen Pokémon-Surfer beizubringen, wenn es kann. Da es wieso mein letzter Part ist, ist es mir ja egal, was für Attacken meine Pokémon draufhaben. So. Kann jemand einen Surfer erlernen? Ich glaube nicht. War ja klar. Das war so klar. Das war so klar. Fluchtseil. Ich habe ein Fluchtseil, das weiß ich. Hoffentlich. 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 Mal gucken. Bin ich blind? Kein Flucht. Ach, da ist das doch. Dann holen wir mal schnell Branden abwärts und dafür lege ich, ähm, Dings ab. Psycho Pokémon. Und wenn wir jetzt auch noch Zertrümmer einbrauchen, dann, ey, dann wollt ihr mich nicht erleben. So, können wir auch gleich nochmal heilen. So, können wir auch gleich nochmal heilen. Schluchf. Kannst du ruhig sein? Ich denke mal. So, lasst das sie tun hat. Ich mache, ich denke mal, jetzt doch mal in die Bebe hier. Ein Mal abwärts. Kommt mal auf, du deinem Schaufer. Dann ich bitte nicht. Das war's. Ja, oder? Wofürlge. Kumt mal auf. Dann kann ich die Herz. Das war's für heute. So, jetzt können wir surfen. Hier kommen wir nicht durch. Können wir einmal kurz hier hin. Warte mal. So. Ich surf mal schnell nochmal. Ich wette hier war ein Item. Genau. Top Genesung. Also, ja, davon habe ich genug. So. 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 Ich verliere doch jetzt hier nicht. Jetzt ist es verwirrt. Jetzt. Hier, Dresszeller. Ich möchte meine Pokémon wieder beleben. So geht das doch nicht weiter. Status, Belebe, habe ich 33. So, erstmal hier Siegkrumm, beleben. So, Beutel, und dann heilen. Hauptgenesung. Und du bist weiter, weil, ähm, wird gut gekämpft, Dresszeller, obwohl du nichts gemacht hast. So, und jetzt hoffen wir mal, dass es keinen Wutanfall nochmal einsetzt. Und ich setze jetzt Donnerplätze ein, da Donner nicht immer trifft. Äh, nicht schon wieder. Das hört sich irgendwie nach einem Stein-Typ an. Oder Kampf. Stein oder Kampf, bestimmt. Stein. So, ssss. Ich würde hier gerne Hydropumpe einsetzen, aber da Hydropumpe auch nicht immer so 100%ige Erfolgsquote hat, lasse ich das lieber. Erbeen, komm schon, überlebst du. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, sag ich doch. Relaxo, nee, ne. Haha, wie geil. Ähm, relaxo. Was soll ich in Gegendruck relaxo einsetzen? Weiß ich nicht. Normal. Was ist das für ein Typ normal? Setz dich mal Erokex ein und gucken, ob wir mit Powerpunch treffen. Bam. Powerpunch. Mal gucken. Body-Slam, okay, jetzt habe ich bestimmt meinen Fokus verloren. Wo ist der? Stormkick, treffe ich? Ja. Body-Slam nochmal. Knirscher. X-Bar, da setze ich wieder Sikrom ein. Kreuzdonner. Wenn ich zuerst angreifen darf. Leider nicht. Leider, aber wir überleben. Was kommt jetzt? Ich setze ich einfach mal Skelleb rein. Verstand da? Oh, du bist doch Stahlboden, wenn ich mich nicht irre. Feuersturm. Schlagbohrer. Ouuuuttsch. Ouuuuttsch. Ich sterb nicht. Nie im Leben sterb ich jetzt. Beutel. Beleber. Wem belebe ich denn her? Sekrom. Ich kann jetzt Risoko machen und versuchen, eine Attacke einzusetzen oder ich heile mich. Daher nehme ich lieber die sichere Variante. Schlagbohrer. Wie viel zieht das bei Sikrom? Ouuutsch. Ich weiß nicht. Fliegt nach oben! Ja. Oh. Nein, ich bin tot, Leute. Ich wurde besiegt. Ich. Ich. Egal. Müssen wir alles nochmal neu machen. So, ich würde sagen, ich mache hier eine Pause und wir sehen uns gleich bei dem Trainer wieder. Bis gleich. So, wieder da. Und mal gucken, ob wir den Typ diesmal besiegen. Jetzt habe ich mir eine Ausstellung nicht mal angeguckt. Toll. Fängt ja gut an. Hm, Seppi Royale. Giga's Auge, setze ich jetzt einfach mal ein. Feuersturmaut. So, ich bin nicht wieder- Bitte lass mich mit Donner treffen, so ein kleines Gebiet, ne? Toll, aber paralysiert. Oh nein, wurde am Fall. So, jetzt sei noch mal paralysiert, bitte. Ach, toll. Und welches Pokémon würde ich zuerst angreifen dürfen? Ich setze jetzt einfach sehr paralysiert ein. Und hoffe mir mal, dass es noch verwirrt ist. Ich werde verrückt, Leute. Ach, dieses scheiß Pokémon. Wie werde ich dich besiegen? Matschbombe jetzt. Jetzt muss ich jetzt mal eine Runde aussetzen. Gut gemacht, Sepyreyal. Was setz dich ein? Ich skelebra. Und lass mich mit Feuersturm bitte angreifen. Und setz nicht deine Bohrerattacke wieder ein. Wer glaubst du, wer du bist, du, 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 keine Ahnung, Bohrer-Typ. Oh, ich hätte so gerne einen Topbelieber. Jetzt stirbst du. Pech für dich. Blättersturm? Soll ich dir einen Blättersturm beibringen? Hm. Anwender erzeugt einen Sturm von scharfen Blättern. Rückstoß senkt Spezialangriff des Anwörters. Ich werde... Slam vergessen. Wollen wir einen Blättersturm einsetzen? Ja, ne? Ich darf nicht mal meine Attacke wählen. Pff. Was kommt jetzt nochmal? Ach du, dich gibt's ja noch. Dich hab ich voll vergessen. Blättersturm. Durch seine Fähigkeit, ähm, 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 ja, hält es aus. Blättersturm. Dun-dun-dun-dun-dun. Oh, mein Spezialangriffseilm geht dadurch auch runter, ne? Hm, X-Part. Gearsauger. Was, es hat noch ein Pokémon? Was setzt du ein? Mal gucken. Ach, relaxo. Stimmt ja. Dickerchen gibt's ja auch noch. Irokex. Bitte trifft mir Turben gegen Irokex. Tja, jetzt hast du nur noch deinen X-Part. Was wirst du jetzt machen, hä? Und nochmal treffen. Mit Tomcake. Yes. Hahahaha, zieht nix. Solches Wagen. Ähm, ähm, ähm. So, damit haben wir den Trainer geschafft. Ey. Respekt. Du hast mich geschlagen. So, ich belebe erst mal, jetzt mal... Jetzt erst mal meine Pokémon, ähm. Ich glaub nicht, dass Belieber hier ist. Ähm, Belieber müsste genau hier irgendwo sein. Da. So, ich bin,ebeble bleibt. So, aber maravilge ist jung. So, ich bin zwar establishment- Dezzyle, das ist schon sicher. Em geht. So, du knif哈囉. Und weiter geht's. Mal gucken, was hier gibt's. Nix. Der Kampf war nicht schlecht. Komme ich jetzt zu diesem Item da unten. Nee, da von hinten komme ich nicht dahin. Keine Ahnung, wo ich jetzt zum Item gehöre. Hingehö, ähm, komme. Und wie krieg ich dieses Item? Ach ja, zum Surfen muss ich ja da hin. Nein, nein, nein. Nein. Okay, nix anfassen. Komm schon, Bild. Ich speichere lieber. Das habe ich jetzt gerannt, dass da ein Item ist. So. Mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh. Ein Sönerbonbon Erstmal surfen Na was für Wasserpokémon tauchen hier auf Hmm Na, wie viele Pokémon hast du? Vier, das geht ja noch. Ist auch aber auf ein Veteran, ne? Vier, das geht ja noch. Ausstoß. Ausstoß. Ausstoß ist ein 1 Pokémon voll vergessen. Ich dachte, es wäre nur Wasser. Donner trifft sofort. Feuersturm. Oh. Oh. Aha, nicht getroffen. Matrifol, was war das denn für ein Pokémon? Oh. 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 Damit haben wir die Medicine besiegt und ich heile mal kurz meine Pokémon. Um... Stein-Kante... Ich hätte Angst, da runterzuspringen. So, hier ist wirklich Wagen und Springen. Von hier kommen wir doch, oder? Das war's doch nicht. Niemals. Ich hätte nicht springen sollen, ich wusste es. Das war's. 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 Oder es gibt's hier nix mehr. Ja, ich glaub das war's. Außer hier, es muss irgendwo ein Item sein. Eine Herzschuppe. Ja. Das war's. So, warum können wir uns hier mal raus... Können wir mal hier raus gehen? Ähm... Ich weiß, dass ich hier noch im Fluchtsaal hab. Ich seh's bloß wieder nicht, ne? Ja, und das war's von der Höhle der Schulung. Und ich flieg jetzt noch mal zu meiner Mutti hin und dann beende ich das Projekt auch. Mal gucken, ob's hier was sagt. Wie immer das Gleiche. Ich soll ne Pause machen. Und... Damit ist mein Pokémon-Wide-Projekt beendet. Ich hab die alle 8 Ohren. Ich hab die Pokémon-Liga besiegt. Also die Top 4 hab ich besiegt. Ähm... Ich hab die legendäre Pokémon gefangen, die man fangen konnte. Ich hab die verschiedenen Orten nochmal erkundigt. Und... Das war's von mir jetzt auch. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Es war ein sehr langes Projekt. Und ich freu mich schon auf Pokémon... Ich hab... ähm... Black 2. Das würde ich gerne Let's Playen, wenn das auf Deutsch draußen ist. Da ich Pokémon-Wide-Let's Played hab, hab ich mir gedacht, machst du nächstes Mal Pokémon Black. Und... Ja, mir hat das Projekt gefallen. Aber ein bisschen lang fand ich das auch schon. Und ich würd sagen, wir sehen uns im älteren Projekt wieder. Oder in den neuen. Und... Ich sag dann einfach nur... Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.